Nur ein Erwachsenengespräch führen. Wie sollen wir ein Erwachsenengespräch führen, wenn du nicht mal das Wort Penis sagen kannst? Ich kann's doch sagen, Pen... Sag es! Ich... Penis. Was? Pernis. Du hast Pernis gesagt. Penis. Singen zählt nicht. Penis. Wie ein Geist auch nicht. Ich... Ich kann's sagen. Pianist. Nein, das war Pianist. Ines P. Wir sagen's zusammen. Penis. Niers.